Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Doppik und Kameralistik. Was bedeuten die Begriffe Doppik und Kameralistik? Kameralistik ist das althergebrachte Rechnungswesen öffentlicher Kassen auf deutschem Boden. Hierbei werden grundsätzlich nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle aufgezeichnet. Der Begriff stammt vom lateinischen Kamera für die Kammer, hier im Sinne einer Schatzkammer. Es werden also nur Geldbewegungen aufgezeichnet. Doppik ist ein erfundener Begriff für doppelte Buchführung in Konten, um Prinzipien und Techniken des betrieblichen Rechnungswesens, zum Beispiel nach dem Handelsgesetzbuch, auf öffentliche Haushalte zu übertragen. Dabei sollen Änderungen und der Bestand des Gesamtvermögens, also von beweglichen Sachen, unbeweglichen Sachen und immateriellen Vermögensgegenständen aufgezeichnet werden. Manche öffentliche Rechnungswesen werden nach kameralen, also zahlungsbasierten Prinzipien geführt, wie zum Beispiel das des Bundes. In der Regel wird das erweitert um Zahlungsverpflichtungen oder Ansprüche gegenüber Dritten. Der Haushaltsplan enthält dann die Beträge, die im betreffenden Haushaltsjahr voraussichtlich fällig, also zahlungswirksam werden. Maßgeblich für die Jahresabgrenzung der Vorfälle ist das Zahlungsdatum und nicht wie im betrieblichen Rechnungswesen der wirtschaftliche Erfolg. Andere öffentliche Rechnungswesen, wie das der Freien und Hansestadt Hamburg, folgen den Prinzipien des betrieblichen Rechnungswesens, um daraus einen Jahresabschluss erstellen zu können mit Gewinn- und Verlustrechnung oder auch Ergebnisrechnung genannt, mit einer Bilanz und mit einer Finanzrechnung über die zahlungswirksamen Vorgänge. Nur die Finanzrechnung folgt dabei kameralen Prinzipien. Die Periodenabgrenzung der Vorfälle richtet sich sonst nach dem wirtschaftlichen Erfolg und nicht nach dem Zahlungsdatum. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.